Richard Dormer ist ein britischer Schauspieler. Leben und Karriere Richard Dormer wurde in Lisbon, Nordirland geboren, wo er auch aufwuchs. Er wurde später am Royal College of Art akzeptiert, verzichtete jedoch für ein Stipendium für die Royal Academy of Dramatic Art in London. Er ist seit 1991 als Schauspieler aktiv. 2003 gewann er den Starge Award für den von ihm geschriebenen Film Hurricane, bei welchem er auch die Hauptrolle übernahm. Seitdem war er in Theaterstücken U.A. von William Shakespeare, Samuel Beckett und George Bernard Shaw zu sehen. In Film und Fernsehen trat Dormer zunächst in kleineren Nebenrollen auf, bevor er 2012 die Hauptrolle im Film Good Vibrations übernahm. Seitdem übernahm er auch größere Rollen in Fernsehserie. So war er 2013 in der Rolle des Lord Beric Dondarrion in der Erfolgsserie Game of Thrones zu sehen. Er übernahm die Rolle von David Michael Scott, der ihn bereits in einer Folge der ersten Staffel verkörperte. Seit 2015 spielt er die Hauptrolle des Dian Anderson in der Serie Fortitude. Er ist mit der Regisseurin Rachel O'Reilly verheiratet. Sie leben in Belfast. Filmografie 1991 Casualty 1992 Soldier Soldier 1997 Das letzte Attentat 2001 Mapmaker 2005 The Mighty's Held 2006 Middleton 2009 Five Minutes of Heaven 2009 Ghost Machine 2010 Ankreises 2011 Justice 2011 Hidden 2012 Good Vibrations 2012 Hunted Vertraue Niemandem 2013 Dark Touch 2013 Game of Thrones 2014 71 Hinterfeindlichen Linien 2014 Hyenas 2015 Fortitude 2015 zu 11 Minute Untertitelung des ZDF für funk, 2017